ja hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier ist wieder euer avon ja ihr seht schon mit dem heutigen video starte ich für euch eine reihe oder eine serie oder die folge wie ihr wollt wo ich euch meine assets vorstelle wo ich überall investiert bin vielleicht ist es für den ein oder anderen von euch da draußen ja interessant ja auch vielleicht verfolgst du mich schon eine weile vielleicht möchtest du allgemein wissen worin ich investiert bin und welche assets da noch so draußen gibt und deswegen habe ich mir gedacht trock ich euch jeweils in einer folge fünf assets ihr hört richtig ich bin anscheinend in vielen vielen assets auch investiert oder habe in viele assets investiert und welche das werde ich euch in den folgenden videos in diesen folgen halt kleines bisschen vortragen welche hast du sie sind bissel nur wirklich ein bisschen etwas über die assets erzählen und was die eigentlich an projekten programmen zukunftsorientierte pläne oder use cases halt eben haben ja und dementsprechend starte ich jetzt einfach mal ihr seht hier schon unseren ersten kohlen also meinen ersten kohlen wo ich investiert bin nebenbei die reihenfolge ist wirklich zufällig ausgesucht und hat nichts damit zu tun dass ich jetzt intel coin am stärksten investiert bin ja also das schon mal vorab einfach nur zufällig für euch hier zusammengestellt und jeweils wie gesagt fünf assets von mir wo ich investiert bin in einer folge für euch zusammengefasst so fangen wir doch einfach mal an somit der erst das erste asset der erste crypto coin in dem ich investiert bin ist telcoin telcoin hat eine gesamtversorgung von 100 milliarden also jetzt kann man sagen so viel wie xvp zum beispiel die preise aktuell braucht sie natürlich auch nicht so drauf schauen ja weil ich weiß nicht wann ich diese videos für euch immer wieder trocken werde von daher die preise halt jetzt aktuell wo ich sie eben aufnehmen doch genau also telcoin was macht es es ist einfach eigentlich in der telekommunikation die nische ja will will es angreifen ich werde euch hier kurz mal vorlesen was ist telcoin telcoin ist ein dezentraler crypto auf ethereum basis der im juli 2017 in singapur gegründet wurde um die brücke zwischen crypto währungen blockchain und der telekommunikationsbranche zu schlagen ja also die möchten auf jeden fall in der telekommunikationsbranche einschlagen oder eben seine wurzeln schlagen das projekt zielt darauf ab mit führenden unternehmen der telekommunikationsbranche wie verizon und at&t zusammenzuarbeiten um die schwierigkeiten zu beseitigen die zwischen abrechnungsplattformen und mobilem geld bestehen ja also dort haben die führenden oder allgemein die die firmen eben ihre schwierigkeiten und ihr seht zum beispiel at&t westernunion also die möchten da wirklich nicht kleinlich sein das hauptaugenmerk von telcoin liegt auf dem überweisungsmarkt auf dem westernunion derzeit eindeutig führend ist telcoin arbeitet mit globalen telekommunikations und mobil geld plattformen zusammen um nutzern schnelle kostengünstige digitale überweisungen mobile geld plattformen und e-wallets zu bieten telcoin ist ein er c20 token welche auch der ethelium blockchain basiert tel wird im telcoin ökosystem für zahlungen auf e-commerce webseiten verwendet also habe ich zum beispiel hier bewusst auch diese nische mit telcoin eben genutzt und hier in telcoin investiert und denke dass das auch ein sehr zukunftstechnisches projekt sein wird und hoffe dass die halt eben ihr ding durchziehen werden zweiter asset von mir indem ich investiert habe ist ethereum ja momentan aktuell wo ich das video auch nehme 4.071 dollar und ja über ethereum bräuchte ich jetzt eigentlich nicht viel sagen gesamtversorgung 118 also knapp über 118 millionen und ist halt einer der ersten coins überhaupt bei ethereum ist auch sehr viel los ja momentan es wird auch geburnt seit dem neuen update und trotzdem sind die guests ist natürlich noch immer brutal hoch und ethereum hat auf jeden fall immer mehr konkurrenz und immer stärkere konkurrenz aber trotzdem denke ich dass ethereum hier wirklich unter den top 5 bleiben wird weil es weil eben auch viele coins über ihn über das netzwerk laufen und eben den first move effekt halt eben hat ja nichtsdestotrotz lese ich hier auch mal kurz vor führung ist ein dezentrales open source blockchain system das seine eigene crypto währungen nämlich etwa besitzt eth funktioniert als plattform für zahlreiche andere crypto währungen sowie die ausführung von dezentralen smart contracts erführungseigenes erklärtes ziel ist es eine globale plattform für dezentrale anwendungen zu werden die es benutzern aus aller welt ermöglicht software zu schreiben und auszuführen die gegen zensur ausfallzeiten und betrug resistent sind ja genau diese sache jetzt mit der korrupten SEC lassen wir jetzt mal weg dass die ethereum geholfen haben blablabla wir schauen hier uns jetzt immer nur die coins an ja und hier glaube ich halt auch ebenfalls wie gesagt anhand der gesagten dinge dass hier mindestens die 25.000 irgendwann mal crashen wird von daher zweite asset und jetzt kommen wir zum dritten asset und das hier ist die ecstasy netzwerk netzwerk soll für mich eines der zukunftsträchtigsten mit eines der zukunftsträchtigsten in einem netzwerk assets im finanzwesen ja und daher auch ein coin der wozu den iso 222 gehört einer von den fünf ja wir haben hier gesamtversorgung von knapp über 37 milliarden sind meiner meinung nach sport billig unterwegs also aktuell wie gesagt und hier lese ich mal kurz vor sind wenn ist ein unternehmensfähiges hybrides blockchain technologie unternehmen das für den internationalen handel und finanzen optimiert ist das sind wir netzwerk wird von der nativen münze namens xtc betrieben das xtc protokoll ist so konzipiert dass es smart contract 2000 transaktionen per sekunde und zwei sekunden transaktionszeit kiz zu masternodes weil der tor nodes unterstützt ja also zwei sekunden transaktionszeit ist bombe ist bombe das wird hier auf jeden fall auch für die für die firmen institutionellen anleger wirklich hier relevant sein der coin die xtc kette xin fin digital kontrakt verwendet sind sind delegated proof of stake mit der absicht ein hoch skalierbares sicheres genehmigungs und kommerzielles blockchain netzwerk zu schaffen sind mainnet token xtc und bietet auch die möglichkeit die realen anwendungsfällen von sinn finn wie trade finex org zu nutzen hilft kleinen und mittleren unternehmen oder ist institutionen ihre eigene finanzanforderungen in einer digitalen vollständig strukturiert so dass sie es nach einem gemeinsamen verteilungsstandard selbst an die bank oder nicht bankfinanzierer verteilen können ja und den könnt ihr natürlich auch bei fast allen größeren börsen auch hier schon erwerben wie zum beispiel cocoin gateio hit btc und kommen auf jeden fall noch andere dazu ich habe ich sie auf cocoin erworben hat auch alles ganz gut geklappt von daher ist sie auch richtig brutal pervers geiles projekt was in der zukunft meiner meinung nach richtig einschlagen wird richtig einschlagen wird kommen wir jetzt zu number four und assets und zwar eos eos war eines meiner top drei oder fünf investitionen damals 2018 war das glaube ich sogar eos auf jeden fall mit gesamtversorgung davon knapp über eine milliarde ja und was ist eos eos ist eine plattform die es entwickler ermöglichen soll dezentrale anwendungs also apps genannt zu erstellen ja also jeder sollte ein web erstellen können das ziel des projekts ist relativ simpel es soll programmieren so einfach wie möglich gemacht werden sich die block chain technologie zu eigen zu machen und sicherzustellen dass das netzwerk einfacher zu bedienen ist als das der konkurrenz daher werden tools und eine reihe von bildungs ressourcen zur verfügung gestellt welche entwickler die schnell funktionale anwendungen erstellen möchten unterstützen zu den weiteren prioritäten gehört die bereitstellung einer höheren skalierbarkeit als es bei anderen block chains der fall ist und denen eigentlich nur weniger als ein dutzend transaktionen pro sekunde abwürgen können es bezweckt es außerdem die erfahrung für nutzer und unternehmen zu verbessern während das projekt versucht mehr sicherheit und weniger reibung für verbraucher zu schaffen wette eifert es auch darum flexibilität und konformität für unternehmen zu erschließen die block chain wurde bereits im juni 2018 gelauncht dann bin ich mir auch sicher 2018 war das einer der top 5 ersten investitionen auf jeden fall also wie ihr hier raus gehört habt machen die ebenfalls halt auch die programmierfähigkeiten und die nutzung halt die die einfachere nutzung des blockchains für unternehmen heute eben für sich so zu nutze oder möchten deshalb machen und habe ich gesagt er ist der top ersten investitionen bei mir und deswegen immer noch im portfolio es kommt auch richtig langsam in die gänge muss ich ehrlich gestehen aber ja all time high waren die auch schon bei 21,7 dollar von daher potenzial ist noch immer gegeben hat fünf in diesem video in was ich meine investitionen getätigt habe in wink link ja gesamtversorgung lassen es eine billion sein also jetzt nicht gerade wenig wink link oder wink läuft über von ja ich lese vor das erste umfassende oracle wink link des zoll ökosystems integriert die reale welt vollständig in den block chain raum wird in der lage sein zuverlässige unvorhersehbare unüberprüfbare zu zufallszahlen bereitzustellen das vertrauen vollständig wieder herzustellen und die benutzerfahrung zu verbessern indem datenereignisse und zahlungssysteme und so weiter aus der realen welt das wink team schloss die übernahme von just link am 26 april 2021 ab und wink link wird das erste umfassende oracle des tron ökosystems und die allgemeine es gibt ja mehrere oracles und oracle sind dazu da stellt es euch als brücke vor dass verschiedene blockchains untereinander agieren können bin ein tron basiertes trc 20 token wird der governance token des winkeling oracle netzwerks sein bisher ist win an beinens cocoin polynex bit hump hit btc weiß rx und vielen anderen namhaften internationalen börsen gelistet ja also interessant was hier winke link halt eben machen möchte oder halt ist und ich bin natürlich auf wink gestoßen über trx also tron und hat mir gefallen und deswegen habe ich hier auch ein bisschen was reingesteckt ok freunde vielen dank fürs zuschauen fürs zuhören ich hoffe diese folgen werden euch ein bisschen weiterhelfen bis euren wissensdurst über awon über meine assets über meine investitionen auch ein soll stillen und freue mich auf euch und wir sehen uns hier auch in folge zwei wieder hoffe ich mal investiert klug bleibt gesund und wir sehen uns euer awon ciao ciao die 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 Vielen Dank.